Oh, Mann. In seiner rechten Backe hat er das. Oh! Wir richten den Voltan. Keine Zugabe! Ja! Du hast eine Zugabe? Ja! 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 Sehr gut! Ja! Und Adalina gerade wunderte, war Grünangkünder und Benzin. Mit Gipsgarten im Mund, werdet uns schon zu dem Platz wieder weg. Adalina! Du hast doch wieder geklappt! Und weiter! Mit Gipsgarten im Mund! Ja! Ja!